hallo meine lieben zuschauer ich begrüße euch zu einer neuen folge kochen a la maki heute gibt es gibt es ähm Tomatensuppe und ähm natürlich a la maki Art also deswegen äh werden wir uns alle freuen so natürlich gut und was brauchen wir wir brauchen ein Topf natürlich auch natürlich brauchen wir also es ist jetzt mein Rezept vielleicht könnt ihr das jetzt zuhause nachkochen Tomaten hier noch ein paar Äpfel gute Kartoffeln auch so halt ein bisschen ein bisschen ähm franchen so da hier noch ein bisschen Brokkoli so und damit wir noch ein bisschen stärker äh schärfer reinbringen dann noch ne Chilischote so 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 da penios gut ach vielleicht noch ein bisschen naja machen wir noch vielleicht noch ein bisschen Rotwein vielleicht ja und zum mein nein zum mein Bruder ganz wichtig ganz wichtig ein dunkles Märzenbier. Schöne Grüße an meinem Bruder. Ich hoffe, er hat es jetzt tun. Und ja. So schön viel Bier rein. So. So. So, das reicht. So mit. Egal. Macht alles da clean sauber, wenn sie fertig ist mit Schattenwandel. Mit dem zweiten Kapitel, was ich hoffentlich bald bekomme. Hm, das wird auch eine leckere Tomatensuppe. Na gut, vielleicht ein bisschen Ketchup rein. Ich habe mich ja überzeugt. Und Ketchup rein. Warum auch nicht. Also ich meine. Es ist leider ein bisschen Senf. Ich weiß nicht. Oder Sojasoße. Ich glaube, ich probiere mal mit der Sojasoße. Gut. Mach ich keinem Bruder. Schatz rein. So. So. kaputt vom Scheißteil. Die Küche muss ja auch nach Arbeit aufsehen. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Brot, schneiden wir. So. So. So, fack, was ist klein hier? So. 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 Uh-huh. und ein bisschen fisch. Einmal ein bisschen Lachse rein. Lecker. Und unsere Suppe ist auch schon fertig. Lecker. Es wird ein Festessen, sag ich euch. Einmal für die Esoppe. Einmal für die Esoppe. Einmal für die Esoppe. Dann mache ich hier noch ein extra Teller. Dann mischen wir es hier. Dann schaue ich euch auf den Acht. Ich nehme ein Micro-Wähler. Damit das noch ne A wird Schütte Teller passt nicht rein Nehmen wir das eben in den Ofen Aufs Blech So Mensch Jetzt kommt doch her Der Fisch Wo seid ihr jetzt? Ihr seid hier Der Fisch liegt schon mal da Gut Aja Ich weiß Wer ist denn? Wer bist denn du? Egal Sie hat sich verabschiedet hier Der ist ja auch wurscht Gut Und der Fisch 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 Hier pigeon Und der Fisch Und der Fisch Und der Fisch Und der Fisch Ok Alter 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 Gut Äh, das ist ja lustig. Oh. Und warte, da fehlt noch ein bisschen Gemüse. Oh mein Bruder. Oh mein Bruder. Und fertig. Und mit diesem leckeren Essen verabschiede ich mich. Und äh, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.